Mein Name ist Fabio und heute machen wir mal was ganz besonderes. Wir gehen über die Regeln von OMSI hinaus, gehen über sogar die Regeln des Gesetzes hinaus in diesem recht unscheinbar anmutenden Bus. Das ist ein Icarus 256.44, aber den hatten wir schon. Nein hatten wir nicht, nämlich nicht diese Variante. Wir hatten die Variante mit dem 217 PS starken Raba Dieselmotor und das ist jetzt die Variante mit dem 225 kW, das sind 300 PS starken Detroit Diesel Series 50 Motor. Das Ganze ist über ein ZF-S6 Getriebe mit der Hinterachse verbunden und dieser Bus geht ziemlich gut. Ich bin den einmal auf der Elbstein Karte so ein bisschen zügiger gefahren und da ging der schon sehr gut, aber eine Sache habe ich jetzt vergessen, die ich gerade noch mal machen muss. Das tut mir leid, dass ich es vergessen habe. Ich brauche nämlich die Kupplung wieder. Ich habe die Kupplung nämlich weggenommen. Aber ja, dieser Bus zieht ordentlich. Ich weiß, dass er sicher 120 fährt. Die normalen in Anführungsstrichen Seetrasse, die Überlandseetrasse, die fahren alle nur 105, die sind da abgeregelt. Das sind aber auch europäische Busse. Das hier ist ein Ostbus und dieser Ostbus, der darf glaube ich ein bisschen weiter ziehen noch. Also 120 fährt er sicher und ich will wissen, ob er jetzt noch mehr schafft. So, gucken wir mal, ob da was geht, ob der angeht, das wäre schön eigentlich. Wie gesagt, die Folge ist jetzt mal so ein bisschen was ganz anderes. Sie steht sehr stark von allem anderen heraus, was bisher war. Motor läuft schon. Jetzt, ja. Der klingt nicht so ostig wie die Rava. Klingt aber immer noch recht rau. Im Hintergrund hört man die Kirche. Gut, aber ich würde sagen, ohne weiterhin jetzt irgendwas rumzuspielen, lege ich mir die Tastaturkos um und dann kann es losgehen. Ich lege gleich mal den zweiten Gang ein. Ich werde jetzt einmal hier wenden und dann schnurstracks auf die Autobahn fahren, weil ich ja schnell fahren will. Und wie gesagt, das wird auch übers Legale hinausgehen, weil dieser Bus eben schneller als 120 fährt und ich eben schneller als 100 fahre. Dieser Bus zieht auch schon mal sehr gut. Oh, ist das? Ja, ich muss mich manchmal ein bisschen konzentrieren, weil ich mit dem linken Daumen sowohl Lenkung als auch Kupplungssteuere. Und ich kann auch garantieren, dass es nicht unbedingt die sauberste Fahrt wird. Dritter Gang. Zack. Das Getriebe hängt manchmal ein bisschen, glaube ich. Jetzt fängt das Getriebe an zu suchen. Und da sind auch schon die 60 erreicht. So, jetzt muss ich nur kurz gucken, wo es denn lang geht. Nach rechts. Okay. Der zieht einfach von unten raus so unglaublich gut. Der hat fast 1400 Newtonmeter Drehmoment. Bei 1200 Umdrehungen. Die maximale Leistung von 300 PS holt er bei 2100 Umdrehungen die Minute raus. Da sind schon mal 80. Also 80 schafft er einigermaßen gut. Schafft er einigermaßen gut. Diese Brücke ist übrigens sehr flach, sodass man mit dem Neoplan N1-16 nicht drunter durchpasst. Kleiner Funfact aus den letzten Folgen. Das lustige Funfact Nummer 2, Nummer 2. Ich nehme mir das Ganze auf, bevor ich überhaupt die letzte Route auf der Karte App-Strein gefahren bin. Ich muss die N2 ja noch fahren. Aber ich hebe mir das Längste fürs Letzte auf. So, komm jetzt. Fahrkollege. So, vierter Gang. Das ist der vierte erst. Diese Strecke ist übrigens auch ganz schön. Weil sie schön gerade ist. Ich muss übrigens den hier nochmal anmachen. Weil der Tacho irgendwann bei 120 auf wird. Hier sind nur 100 erlaubt. Ich bin jetzt schon schneller als erlaubt ist. So, das ist der fünfte Gang. Vorsichtig lege ich jetzt den sechsten ein. Sehr vorsichtig. Gut, dann bin ich jetzt gespannt. Jetzt ist es sechster Gang und Vollgas. Ich bin gespannt, wie schnell der geht. Ob dann vielleicht irgendwas Magisches passiert, dass der Bus explodiert, weil er so schnell ist. Hier ist ein bisschen bergab. Ah, hier ist tatsächlich Geschwindigkeit freigegeben. So, jetzt zeigt der Tacho auch nichts mehr an. 135. 140. Ich werde jetzt versuchen, geschickt drumherum zu fahren. Ich hätte auf dem Verkehr ausschalten können. 145. 146. Okay, ich werde nicht geschickt drumherum fahren können. GTA. GTA. Juliansburg. 148. Wie gesagt, das Ganze ist nicht ganz realistisch. Es ist mehr so ein kleines Spaß-Experiment. 150. Ich will 150. Kommt schon? Ja, 150. Huh. Kleiner Folge. Jetzt noch schneller. Also, ich glaube, dieses Experiment zeigt, dass man Ostbusse nicht unbedingt unterschätzen sollte. Okay, das ist das Ende des Experiments, würde ich sagen. Huh. Sowas in der Art werde ich, glaube ich, nochmal machen. So ein kleines, lustiges Experiment. Aber dann war die Höchstgeschwindigkeit ungefähr 151. Womit ich sehr zufrieden bin. Und, äh, es war mal was anderes. Sagen wir es so. Bitte, wenn du es bewertest, bewerte es nicht anhand Realismus oder so. Sondern es war einfach mal nur voll in die Fresse, um sie mal richtig austricksen. Mal gucken, wie schnell es so geht. 151 ist dieses Ding. Das ist für mich der schnellste Bus, den es gibt. Ich habe noch nichts Schnelleres gesehen. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht in der nächsten normalen Folge wiedersehen. Oder wenn ich nochmal irgendwie was Interessantes mache. Ich habe noch was ziemlich Geiles im Hinterkopf. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ciao.